Hallo Leute, heute stellen wir euch von Custom Creative die Candy Base Code Serie vor. Hier sind die Muster auf einem hellen Untergrund lackiert. Man kann es natürlich auch auf einen dunklen Untergrund machen. Dann wirken sie ein bisschen dezenter. Nicht wundern, von dem Esmeralte hatte ich leider keine kleine Flasche da. Gibt es natürlich auch wieder in klein. Vom Candy Purple und Leather Brown hatte ich noch keine Muster lackiert. Kommen aber auch die Tage rein. Dann machen wir gern nochmal ein separates Video. Unlocken 6 7 8 8 10 Vielen Dank.